Willkommen zurück zu der Forrest! Okay, das klamm wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber naja, was soll's. Seid ja nur ihr. So, das war Folge 3. Sehr Spaß. Ups, Options. Hier... Pucken wir das mal. Keine Ahnung, was das macht. Wir starten einfach mal. Ja, 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 ja. Vielleicht spule ich mal das Flugzeugdingens davor. Bla 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 heute gucken wir mal aus dem Fenster wir beachten unseren kleinen Kumpel das war ein bisschen wir gucken einfach nur weiter aus dem Fenster die ganze Zeit einfach nur Fenster gucken und es geht auf, wer ist aha, ein Grafikwitsch nein, da kommt ein Berg aha okay den Berg, den sehen wir auch eigentlich könnten wir mal aus dem Berg machen, oder? für nicht natürlich okay einfach mal voll durch die Wood Hood von den komischen Typen da gelaschen, okay, jetzt drauf achten nimmt der den Kopf oh, der ist tot, der Typ er atmet noch nicht mal, oder? ich glaube nicht, dass der atmet ich glaube, der ist schon tot also, wir brauchen uns gar keine Sorgen um so einen kleinen Typen da zu machen der ist nämlich schon tot und was ich auch in der letzten Aufnahme gemerkt habe unser Ketchup wird nicht weniger äh, nein, also wir essen doch alles weil wir kommen nicht mehr zurück ich bin ein bisschen blöd aber wir kommen einfach nicht mehr zurück ja genau, warum ist ein Flugzeug jetzt so Steinzeug? natürlich natürlich, natürlich talk talk, talk, talk warum haben die die nicht mitgenommen? die ist doch viel saftiger guckt euch diese Schönheit an hm da sind Kanickel da sind ganz viele Kanickel da haben wir es nein, ich kann nicht mehr aufnehmen dann nehmen wir es what the fuck what the fuck ist gerade passiert wir haben oberviel Leben verloren deines Ball spielt ihr mit mir? ich heiße Dora und ich möchte gerne mit euch spielen wir haben das nicht eingesammelt diese Medicbox, die da drin liegt mach's doch kaputt geht doch da ist der Tennisball ach, der Tennisball macht die komischen Geräusche wir können eigentlich mal hier den Weg langlaufen den Weg der Zerstörung wie sind wir hier hochgekommen? ihr habt doch auch in den Aufnahmen gesehen dass wir hier wie kommt der Seestern hier hoch? bitte was passiert, wenn ich da runterspringe? ich krieg Fallschaden hat er irgendwelche Schrecken von der Musik? was? was? ja, geil so, das Feuerzeug anmachen kann auch nicht jeder wie ist es hier? Wasser wieso? okay, okay, okay wir machen das anders äh ist das so gewollt? war das schon immer so mit dem Licht? ah, das ist unser Licht achso, okay deshalb flackert das so dann ist das ist das so gewollt anscheinend kann ich diesen stopp nehmen mit dem da noch ein bisschen und dann anzünden ich kann den als ah, okay toll kaputt kaputt ich hab doch bestimmt einen Stein oder so äh okay combined was hab ich jetzt gemacht? äh ich kann das hinzünden oder? hm hab ich das jetzt ausgerüstet? okay okay das kann ich nicht fallen lassen das check ich grad nicht äh äh hm was immer denn da schön ist die wollen wir doch mal ausprobieren, oder? hat die Munition equip ah, okay, okay, okay wenn ich mal linksklick drauf mache, oder? noch ein bisschen kombinden will nicht was ist der Sack kriegt das immer weg hier waaaaas verdoppelungsdreck oder was? was hab ich hier in der anderen Hand? äh äh hä? jetzt klick, ich höre schade, keine Munition mehr weg damit äh hallo ich muss das aufheben nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ah, okay. Jetzt habe ich das hier. Okay. Zweifigkeit. Könnte ich das hier so ein bisschen verwenden? Nein. Kann ich nicht. Hallo. Ich will das wieder aufheben. Scheiße. Gibt es doch gar nicht. Aber wie hell das das macht. Das ist ja kreioberkrank hier. Kaum werft man das weg. Kaum werft man... Leckt mich doch im Ärmel. Den nächsten Eingeborenen, den wir sehen, versuchen wir zu verprügeln. Und dann... Und dann... Ja, dann... tun wir uns verziehen. Oder beziehungsweise noch mal sterben. Moment, ich möchte... Die hier. So, ist doch schon viel besser. Da sehen wir die Eingeborenen auch. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen rumgucken hier. Was wir hier so finden. Ich glaube, letztes Mal sind wir links lang gelaufen. Diesmal laufen wir mal rechts lang. Das ist ein Plastikball. Nein, das ist ein Eimer. Oh, die Eingeborenen haben Eimer geklaut. Und noch einen. Das ist immer noch gut. Coole Höhle. Immer hängt ein bisschen was zu essen rum. Hier gibt es nicht so viel aufzuheben, ne? Wie haben die die Kiste in die Wand gekriegt? Eine Frage, die man sich immer stellen kann. Na? Ich bin der King of the Mountain. Ihr seht mich nicht. Oh, jetzt hätte ich gern die Pistole. Das wäre lustig. Ja, sie haben mich gesehen. Ja, sie haben mich gesehen. Und sie kommen hier nicht hoch. Sie sind so blöd. Learn Basics of Survival. Scheiß drauf. Basics of Survival. Immer draufhauen. Wo ist denn? Oh, komm, wie viel Damage gemacht. Junge, haben die mir grad ein Messer in den Rücken gesteckt oder so? Ja, ja. Besser. Äh, ja. Low Health. Find somewhere they can learn the way. Okay. Start. Äh, ja. War mal wieder super, ne? Ich, äh, mach jetzt mal kurz eine Aufnahmepause. Ist einfacher, mich zu schneiden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss